Trainer, wir begeben uns wieder auf Reisen. Es geht dieses Mal nach Aserbaidschan, nach Baku, wo am Donnerstag das Hinspiel wartet bei Nefji Baku, einer Mannschaft, die bisher erst zwei Pflichtspiele in den Beinen hat. Was kannst du uns über das Team bereits sagen? Ja, wir haben sie natürlich schon länger beobachtet, vor allem die Heimstärke spricht für sie. Also das hängt natürlich auch mit den Strapazen der Anreise zusammen. Hitze, Fans, Platzverhältnisse, das müssen wir einfach wirklich annehmen. Wir müssen das besser machen als zuletzt Limassol, die nach 30 Minuten wirklich weggebrochen sind. Also da müssen wir schauen, dass wir physisch und mental wirklich über die gesamte Zeit bereit sind. Abgesehen von der Heimstärke, was für Stärken hat die Mannschaft vielleicht sogar auf dem Platz? Was hat man da in Erfahrung bringen können bei der Analyse? Ja, sehr viele erfahrene und hochtalentierte Einzelspieler. Also da können sie schon Spiele entscheiden mit wenig Aktionen. Kommen wir von unserer Mannschaft zu sprechen, vor allem jetzt mal auf eine Personalie, Patrick Greil, der sich am Sonntag gegen Klagenfurt verletzt hat. Wie schaut es da aktuell aus? Ist der Donnerstag vielleicht schon eine Option? Ja, Stand jetzt ist es so, dass das MRT relativ unauffällig war und wir werden sehen, wie er das jetzt die nächsten zwei Tage verkraftet, die Trainings und dann werden wir schauen, ob er am Donnerstag bereit ist. Du hast vorhin auch die Hitze und die Platzverhältnisse im Bako angesprochen. Inwiefern wird sich das auf unser Spiel vielleicht auswirken oder auf die Taktik? Ja, natürlich wird alles mit einbezogen. Das kann ich jetzt natürlich nicht verraten, wie wir dann auftreten wollen, aber Ziel ist ganz klar, wir wollen ein gutes Ergebnis, am besten Fall natürlich mit einem Sieg heimfahren. Danke, Trainer.